Wir haben es jetzt geschafft, das Tor nach Helheim zu entsiegeln, indem wir Sord, den Feuerriesen, besiegt haben und Valraven, so ein Illusionsriesen, nennen es jetzt mal. Und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir die Tür öffnen. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Druth? Anyone? Oh Gott. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. David. David! 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 In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now, at your home, he's so far away, they've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats our heart. You fought for love unspoilt, by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. your bloodarem on your way againstaho's fiancars. デbette dead. What up what to plan, where did you kill? You didn't wanna kill? You didn't wanna kill? No. You didn't. No! No, no. No! They can break you. But not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats her heart. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze, perverted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandoning to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye. And you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Okay. Now we also have a shuttle. The one tries to destroy us. Okay. It's nearly over. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling, sir. It's your calling, sir. The only one that makes any sense. But I don't know if I should let the focus on full level. Or if I should use it in the possible use. I don't know how strong the enemy is. I don't know how strong the enemy is. I don't know how strong the enemy is. I have two attacks. I have two. I have two. It means that it will be longer. I have two. I have two. I have two. I have two. four hours. Finish this. End it now. Stop them. Oh Das war es eben wieder. Hätte ich die vollen drei Aufladungen abgewartet, hätte es vielleicht direkt gereicht, um es zu erledigen. So, hatte ich wieder ein bisschen Aufregung. Aber es sieht auch so gut aus. Aber es sieht so gut aus, dass ich mich nicht so gut ausfüllen kann, um es nicht so gut ausfüllen. Lass mich nicht mehr. Lass mich nicht mehr. Es ist nicht vorbei. Ich werde weiter. Okay. Okay, das Einspielen. Das ist Zeit für langsam. Stört ihn also gar nicht. Das ist scheiße. Okay, komm her. Komm her, du. Stop it. She will die. Stop. Stop it. Stop it. Stop it! Hallo? 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 Okay, da wollte das Spiel sich aufhängen. Bitte nicht spielen. Okay, zwei. Verarscht. Oh. Oh. Noch ein dritter? Willst du mich verarschen oder? Der ist doch gar nicht gestorben gerade. LOL. Das ist doch gar nicht gestorben. Nochmal so ein Typ im Schild. Man kann nicht mal zur Seite sprinten, weil sie beim Sprinten einfach automatisch nach der Falle läuft. Die Bombe! Okay, das macht Spaß. Hey, warum... Finish this! End it now! Watch out where you're from! Don't give up! Just die! Don't die! Don't die! Die fight's da mal richtig gut. Okay, ich muss wieder Zeichen suchen. Okay, ich muss wieder Zeichen suchen. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northman tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd and is challenged by the giantess. Okay. Das heißt, es kommt auf eine Riesen-Ressengegner. Und was machen meine Haare da? Wurde gerade gespeichert? Ich hab's natürlich nicht gesehen. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt. Das sieht so scheiße aus. Okay, wir müssen mit leben. Bis ich sehe, dass irgendwo gespeichert wird. Und da so ein X vielleicht, so ein bisschen so, da so, nee. Dafür will ich nicht sehen. Oh so. Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Wir können jetzt auch Illusionen so aufdecken anscheinend. So, wir mal schauen. Hier sollen wir das X irgendwo sehen. So, unten ist das X und unten ist das S. Das hier. Das könnte sein, ne? Dass man von oben runter gucken muss. Ja. Ne, nimmt der nicht. Schade. Ah. Kann man das da nehmen? Da so hängt nö, ne? Das nehmen sie auch nicht. Jetzt... Ist aber gut. Schade. Also ich sehe hier mehrere Xe, Leute. Ich könnte davon nicht einfach eins nehmen. Kann man da hoch gucken? So. Ja, ja. Da so. Na guck, jetzt trollt mich nicht. Ich spiel trollt mich doch jetzt, oder? Also besser geht das du wirklich nicht. Dann halt nicht. Wenn du nicht willst spielen. So. Wollen wir denn von hier irgendwie so gucken? Oder wie? Oder was? So. Ja. Aha, das Krüppel-S nimmst du aber mein X nicht. Ja. Ja. Okay. Spiel ist gemerkt. Merke ich mir. Wo kommen wir hier noch hin? Also ich würde... schon gerne noch einfach die nächste Tür aufbekommen. Also wir hier gucken. Ja. 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 Weißt ja. Okay, den Versuch ist jetzt noch mal. Da. Aha, jetzt geht's auf einmal, ja. Okay, dann hier wieder einen Cut und wir sehen uns zum nächsten Tag, tschau Leute.